Es passieren so merkwürdige Dinge hier. Bomben werden gelegt, bewaffnete Männer patrouillieren. Und niemand unternimmt etwas deswegen? Es ist die Drogenhauptstadt des Nordwestens. Hier geht's um viel Geld. Sehr viel Geld. Und niemand will, dass sich daran etwas ändert. Das könnt ihr nicht machen. Wir haben euch immer zufriedengelassen. Ein Polizist aus New York. Und ein Junge aus Kalifornien. Gemeinsam kämpfen sie gegen gnadenlose Rauschgiftgangster. Skrupellos, gewalttätig, mörderisch, quite cool. Wo Rauch ist, ist auch Feuer.